Verkündigung bzw. Verkündigen ist das nachdrückliche Kundtun eines wichtigen Sachverhalts Aussage. Das Wort wird vor allem im Bereich der Religion verwendet und ist dort gleichbedeutend mit dem Weitergeben der religiösen Überzeugung durch die Gläubigen bzw. die Priester. Verwandte Begriffe sind Kerygma, Prophetie und Evangelium. Mit Verkündigung ist oft auch die Verkündigung der Empfängnis Jesu an Maria durch den Erzengengel Gabriel gemeint. Wie sie im Lukas-Evangelium geschildert wird. Demgegenüber wird im Zusammenhang mit Prophezeiungen das Wort Verkündung verwendet. Werden Siege, Gerichtsurteile oder Gesetze öffentlich bekannt gemacht, spricht man ebenfalls von Verkündung. Verkündigung zur Weitergabe des Glaubens Im Christentum wird als Verkündigung die Weiterverbreitung des Evangeliums von Jesus Christus bezeichnet, wobei sein Leben, die Liebe Gottes, die Erlösung durch sein Sterben und die Auferstehung Jesu Christi im Mittelpunkt stehen. Die Verkündigung des Reich Gottes wurde von Jesus schon bei seinem ersten Auftreten in Galilea nach der Verhaftung des Täufers begonnen. Er gab diesen Auftrag zur Glaubensverkündigung nach seiner Auferstehung an seine Jüngern weiter. Der missionarische Einsatz der frühen Christen trug wesentlich zur raschen Verbreitung des Christentums bei, obwohl er auch zu Christenverfolgungen führte. Im außerkirchlichen Sprachgebrauch wird statt Verkündigung in diesem Sinne eher das Wort Mission verwendet. Es beinhaltet allerdings auch begleitende Tätigkeiten wie Sozial- und Entwicklungshilfe, Angebote zur Bildung und ähnliches. Ebenso haben die Wörter Volksmission und Straßenmission die Verkündigung von Gottes Wort zum Hauptinhalt. Auch der Islam kennt Formen der religiösen Verkündigung, die sich allerdings von der christlichen Inhalt, Methoden und Wortwahl deutlich unterscheidet. Als Verkündigung im engeren Sinn wird die Predigt in einem Gottesdienst bezeichnet, vor allem im evangelischen Sprachgebrauch. Funktionell trifft dies ebenso auf die Lesungen und die Predigt im katholischen Gottesdienst und bei den Orthodoxen zu. In allen christlichen Konfessionen wird dies besonders an hohen Festtagen deutlich, etwa im Weihnachts-Evangelium, wo der Engel das Wort an die Hirten richtet. Seht, ich verkündige euch eine große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Verkündigungserzählungen im Lukas-Evangelium Im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums stellt der Evangelist zwei Verkündigungsgeschichten in paralleler Gestaltung dar. Die Ankündigung der Geburt Johannes des Täufers an sein Vater Zacharias und die Ankündigung der Geburt Jesu an Maria. Sie sind nach dem Vorbild einer alttestamentlichen Prophetenberufung aufgebaut. Erscheinung des Engels Erschrecken des Zacharias der Maria Zerstreuen der Furchtbotschaft von der bevorstehenden Geburt Einwand, Frage nach einem Zeichen Ansage des Zeichens Versturmen des Zacharias, Zustimmung der Maria Die Darstellung folgt dem Motiv des Überbietens. Jesus, der kleinere und jüngere, überragt dennoch den Johannes. Dessen Eltern waren alt, Jesu Mutter jung, freulich. Zacharias wird wegen seines Einwandes stumm, Maria stimmt zu. Die Verkündigung an Zacharias im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums ist der erste Teil der Geburtsgeschichte Johannes des Täufers erzählt. Der Engel Gabriel kündigt dem Greisen Zacharias während seines Priesterdienstes im Tempel zu Jerusalem die Geburt eines Sohnes an. Die Ehe mit seiner Frau Elisabeth war bis dahin kinderlos geblieben. Der Engel erscheint dem Zacharias im Tempel, an der rechten Seite des Raucheropferaltars stehend. Zacharias erschrickt bei seinem Anblick. Der Engel zerstreut seine Furcht mit den Worten. Fürchte dich nicht, Zacharias! Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Große Freude wird dich erfüllen und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken und schon im Mutterleib wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Zacharias wendet ein. Woran soll ich erkennen, dass das wahr ist? Der Engel gibt sich als Gabriel zu erkennen, der beauftragt sei, dem Zacharias diese frohe Botschaft zu bringen. Wegen seines Zweifels werde aber Zacharias als Zeichen bis zur Geburt des Sohnes stumm bleiben. Maria-Verkündigung Hauptartikel Als Marias Verwandte Elisabeth im sechsten Monat mit Johannes dem Täufer schwanger ist, erscheint ihr der Engel Gabriel in Nazareth und verkündet ihr die Empfängnis ihres Sohnes Jesus Christus. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und später, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Maria äußert zunächst Bedenken und Zweifel, will ich dann aber in das Verkündete ein. Siehe auch Verkündigungstheologie, Prediger, Diakon, Prophet, Prophezeiung, Berufungsgeschichte, Kirchenmusik, Heilige Schrift, Bekenner, Märtyrer, Paulus, Ursula von Köln, Priscilla und Aquila. Weltmissionskonferenz International Baptist Convention Wie Sie das Verkündete haben, werden Sie sicherlich selbstverständlich anstechen, dass Sie die Weltmissionskonferenz übernehmen. Wenn Sie nicht auf die Weltmissionskonferenz mit equationieren, können Sie sich nicht, dass Sie die Weltmissionskonferenzten burdenen lassen. Wenn Sie jetzt die Erklärung von descubrieren, können Sie die Weltmissionskonferenz zu ververlangen können. Was Sie die Weltmesschen? Wenn Sie das Verkündigung des convertigen, können Sie nicht sogar nicht in der Weltmissionskonferenz,